ja dann will ich euch mal zeigen womit ich filme ich filme hier mit so einem smartphone und hier habe ich das stativ das ist vom action so ein bewegliches danke noch mal artur für den tollen tipp 3 euro dann habe ich das hier an meinem bergstock festgemacht einfach mit so einem klettverschluss ihr seht ihr die sachen kann bewegen kann man dann hinstellen ganz einfach gut es sind halt nicht die besten aufnahmen aber ich wollte es euch einfach mal zeigen oder man macht die halterung einfach an so einem ast fest wie hier ja oder man stellt sie einfach so hin also ist vielfältig verwendbar kann man nichts verkehrt machen für drei euro wirklich also bis dann ich hoffe es hat euch gefallen dann bis zum nächsten mal euer zeri survival